servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und heute möchte ich die zeit nutzen und noch mal ein bisschen plaudern euch ein kleines update geben bezüglich des kanals ich hatte ja neulich ein video gemacht wo ich darüber gesprochen hatte dass zum ersten april ein paar änderungen bei mir privat anstehen und sich diesbezüglich dann ein paar sachen ändern könnten das ganze ist auch überwiegend oder fast nur positiv von euch aufgenommen worden an dieser stelle auch noch mal vielen vielen dank an all die lieben netten worte und glückwünsche und alles was ihr an mich gerichtet habt in die richtung ihr habt mir wirklich alle von herzen das beste gewünscht für den neuen job und so weiter und so fort und da wollte ich mich einfach noch mal bedanken ich habe auch fast jedem geantwortet meine ich da wollte ich einfach nur noch mal sagen das war echt sehr sehr schön was viele von euch da geschrieben haben hat mich sehr sehr gefreut vielen vielen dank dafür und daher wollte ich euch an dieser stelle ein kleines update geben also mittlerweile haben wir den wenn ich das video aufnehmen den 13 april gerade frisch mitternacht geschlagen also ich bin soweit sehr sehr gut rein gestartet wurde sehr sehr nett aufgenommen von allen kollegen macht auch sehr viel spaß der job und ich bin bis hierhin jetzt rundum zufrieden kann mich nicht beschweren macht auf jeden fall bock ich habe bock und ich denke dass es schon mal das wichtigste der job muss spaß machen dann kommt der rest in der regel von alleine was ich jetzt auch gemerkt habe dann im hinblick auf den kanal jetzt natürlich ist nicht mehr ganz so viel zeit vorhanden wie vorher aber im großen und ganzen bin ich guter dinge dass ich das trotzdem noch alles gewuppt kriege oder das ist auch jeden fall auch mein anspruch ich möchte das ganze gewuppt kriegen auch weiterhin ich will mir hier auch trotzdem noch was aufbauen und ich habe weiterhin vollstes feuer energie und sonst was also ich möchte hier weitermachen ich habe daraufhin in den letzten wochen ein bisschen content verändert in der form dass ich beziehungsweise es war ja oder es kam die kritik auf dass ich sehr viel von wow hat ablesen vorlesen würde und so weiter und so fort wo noch mal gesagt sei ich kann verstehen dass das ein kritikpunkt ist letzten endes habe ich aber auch immer gesagt ich mache das ganze ich könnte mich jetzt genauso gut hinstellen und sagen ich mache mir eine eigene homepage kopiere das also ich schreibe eigenen text das fällt mir jetzt nicht wirklich schwer machst auf meine seite drauf und lest das von darunter oder ich zeige aus dem spiel ich habe das meistens so gemacht mir ging es darum die news schnell rüber zu bringen und mir war es dabei immer wichtig die quelle zu nennen wovon ich diese news habe und das ist eben in den meisten fällen wow hat weil sie die verlässlichste seite ist was so sachen in world of warcraft anbelangt und wie gesagt ich weiß dass es bei einigen nicht so gut ankam und ich weiß ja klar ich hätte die videos teilweise auch besser aufbereiten können ist dann halt so ein kosten nutzen faktor in dem sinne ist jetzt vielleicht das falsche wort aber ich musste mich halt entscheiden worum geht es mir geht es mir um schnelligkeit oder geht es mir darum aus einer news die vielleicht zwei minuten ist ein video zu schneiden was zwölf minuten geht und sich effekte hat und schieß mich tot und ich habe mich halt bewusst für die schnelligkeit entschieden und deswegen sind und waren die videos so wie sie sind und auch was ich an feedback von euch gehört habe kann es ja oder wurde das ganze von einigen wenigen schlecht aufgenommen bei den meisten kommt es positiv an ich habe aber trotzdem versucht in den letzten jetzt sind zwei wochen ungefähr möglichst wenig wow hat zu bringen womit ich an und für sich ganz zufrieden bin kann euch aber auch sagen dass rein von den statistiken her diese videos wo man einfach news wieder bringt von der quelle besser laufen als die anderen sachen damit könnt ihr jetzt machen was ihr wollt mit der info zum thema laufen muss ich an der stelle sagen aktuell bin ich auch ganz ehrlich läuft der kanal nicht gut ich denke das kann man so sagen was ein bisschen wie soll ich sagen schade ist also nicht in dem sinne von dass ich jetzt mir so einen druck mache dass ich sage das muss und muss und muss und muss wachsen und ich will das und das und das nein das mache ich nicht da habe ich auch keine lust drauf dann würde mir der spaß dabei verloren gehen dann ist das nur noch mehr wie arbeit aber man hat in letzter zeit gemerkt in sachen abos geht es gar nicht mehr voran das muss man ganz klar so sagen warum das so ist ich gehe mal stark davon aus aktuell läuft das thema world of warcraft auf youtube zumindest das was ich gesehen habe nicht gut und ich check da ja auch ein paar andere leute man wäre dumm wenn man seine jetzt mal konkurrenz ist es ja nicht unbedingt aber wenn man wettbewerber nicht auch immer mal checkt da sieht es teilweise ähnlich aus und wenn du nicht unbedingt ein streamer bist der eh schon 50.000 follower hat und sonst was dann ist es gerade zugegebenermaßen sehr sehr schwer deswegen möchte ich an dieser stelle noch mal sagen ich werde in zukunft weiter gas geben und ich hoffe und denke auch dass es mit 9.1 wieder bergauf geht dazu ich hatte im letzten video schon gesagt habe ich zwei sehr sehr coole sachen in der pipeline woran ich nicht alleine beteiligt bin aber was hoffentlich diese woche fertig wird wenn alles gut läuft ihr werdet noch sehen warum ist dann am ende ein bisschen gedauert hat und so weiter und so fort aber ich erhoffe mir sehr sehr viel davon und ich finde das ist auch mit abstand das coolste projekt was es bisher hier auf diesem kanal gibt gab geben wird wie auch immer daran möchte ich dann wenn es soweit ist auch anknüpfen ist alles noch ein bisschen kriptisch aber ihr werdet dann wenn es soweit ist sehen was ich meine also ich freue mich da sehr drauf dazu sei da noch gesagt wenn ich am anfang eines videos so sachen sage wie like abo und die glocke und so weiter und so fort ich weiß es ist teilweise schon so ein standard mechanismus aber in dem fall bin ich halt gerade jetzt in so einer phase wo es nicht so läuft auch auf eure hilfe angewiesen und freue mich dann eben über jede kleinste form der unterstützung bin ich ganz ehrlich wie soll ich sagen ohne ohne euch ohne eure unterstützung geht das ganze hier halt auch nicht und zu guter letzt ich werde auch in zukunft weiterhin daran arbeiten den content hier auf dieser seite zu verbessern sage aber auch gleich ich werde weiterhin ausprobieren das heißt dass ich einfach das weiterhin mache worauf ich bock habe ich werde mir und das habe ich mir auch zu herzen genommen viele von euch haben auch geschrieben weil sie nicht einer hat auch gemeint dass ich kritik teilweise nicht ernst genug genommen habe manchmal ist war das auch durchaus richtig ja ich werde versuchen jede form der kommentare aufzunehmen und in irgendeiner form wenn ich der meinung bin dass es sinnvoll ist auch versuchen umzusetzen das ist mein ziel an mich selber das möchte ich erreichen und ich denke dass das dann im endeffekt dazu führen wird dass der content insgesamt ein bisschen besser wird und alles vielleicht ein bisschen ansprechender für euch wird ist aber ein prozess der wird sich über die nächsten wochen monate und so weiter entwickeln wenn ich dann jetzt hoffentlich bald nächste woche diese woche kann es noch nicht sagen wie gesagt da ich auch noch auf einer anderen person angewiesen bin wenn dieser testballon von dem ich mir so viel erhoffe oder dieses projekt startet dann wisst ihr schon mal grob in welche richtung ich mich zukünftig entwickeln möchte und ich bin sehr gespannt darauf was ihr sagt und dazu sei noch gesagt was ich mir auch vorgenommen habe ich möchte zukünftig ein bisschen die kommunikation verbessern und dazu ich weiß es ist nervig wenn man für sowas werbung macht aber in meiner video beschreibung habe ich viele links zu instagram twitter ich will versuchen zukünftig mehr auf twitter zu machen damit ich euch besser abholen kann wenn es irgendwelche neuigkeiten gibt also wer möchte da gerne ein follow da lassen und zu guter letzt ich möchte in zukunft auf twitch stream dazu habe ich mich jetzt entschieden aktuell läuft auf youtube nicht und das ist für mich der ideale zeitpunkt eigentlich ich kann mich auf twitch austoben ausprobieren da ein bisschen reichweite aufbauen und so weiter und so fort und wenn es dann zu 9.1 kommt und hoffentlich auch wieder mehr los ist in der ww community dann gibt es da halt richtig lack also da geht es dann ab deswegen würde ich mich auch da freuen wenn ihr mir auf twitch follow da last damit ihr seht wenn was am start ist und ja ich möchte an dieser stelle noch mal sagen ich weiß teilweise sagen seine der bettelt wieder nach so und so ich bin ich bin ehrlich zu euch komme ja aus dieser branche ich war im online-journalismus bin es ohne der beste oder sagen wir so der beste content nützt nichts ohne die leute die ihn schauen konsumieren wie auch immer und ich bin euch für all eure hilfe die er mir bisher geleistet habt super super dankbar und deswegen möchte ich einfach so ehrlich sein und das auch jetzt ansprechen auch in der zeit wo es nicht so läuft und hoffe darauf dass ich auch da euren support weiterhin habe in diesem sinne wenn ihr irgendwelche wünsche habt für die zukunft und so weiter und so fort schreibt mir gerne gerne in die kommentare ich will in zukunft versuchen das noch besser umzusetzen wird alles seine zeit dauern aber ich denke gemeinsam kriegen wir das hin und damit habe ich jetzt genug gelabert vielen dank an alle die bis hier noch durchgehalten haben und ja wünsche euch einen schönen tag lasst es euch gut gehen bleibt vor allem gesund und bis zu den nächsten videos reingehauen sorry es Bis zum nächsten Mal.